heute ring elite talk am sonntag heute geht es über eine über ein box event gestern in hamburg über p2m box promotion und zwar und dann habe ich noch mal so ein kleines resümee über david benavides gegen kelle plant ja ich habe ja mir die kämpfe gestern abend angeschaut und ich finde das eigentlich schon die veranstaltung scheint richtig gut gewesen sein aber nur das drumherum wie ich so mitbekommen habe haben sich die leute halt schön die pänze voll gefressen und ja aber die kämpfe die waren ja so ich tue es mal leicht sagen durch wachsen ja ich habe mir die kämpfe angeguckt und ist für mich eigentlich der herr bönde der hat mal klitschko gemanagt und tut solche kämpfe verkaufen ich sage ja nicht dass nina meinke felix langberg oder alten eirak marudjan dass der mit boxen kann im gegenteil das können wir da muss man ganz einfach sagen ja die können das aber was da noch gelaufen ist mit sergey michel und anderen als ich gehe mal so ein kurzes resümee ein und zwar gestern hat ja der eirak marudjan gegen diesen chinesen geboxt ich frage mich wie kann man sowas absegnen der mann der hat der chinese da hat man gesehen dass der war körperlich so unterlegen da habe ich geschrieben während dem kampf da ist ja mindestens 45 kilo leichter leichter habe natürlich die waage nicht gesehen aber körperlich war der so unterlegen und dann sagt irgendwann mal der reporter hatte ich natürlich mal wieder recht gehabt mit meiner prognose da war man im super leicht gewicht und der kampf fand statt im mittelgewicht oder im angeblichen super welter gewicht mit 69 ohne paar kilo und eirak marudjan der kam ja mit 72 kilo und wenn der junge was drauf gefressen hatte und hat normalerweise ein gewicht vielleicht von 64 65 kilo dann frisst er drei kilo drauf bis drei kilo drauf dann sind das schon sechs dann sind das 78 kilo unterschied auch wenn der fast ein jahr nicht geboxt hat was was denken es sich die leute da gibt es doch andere die körperlich und physisch stärker machen der junge hat zwar hat sich gut aus der erfähren gezogen werden guten kampf gemacht gegen ihn und da weiß ich nicht ob er einen guten kampf gemacht oder marudjan schlechten kam also man muss das mal also der marudjan ist ja ein guter mann dabei auch im bundesliga also ist ja nicht dass der schlecht ist so der kampf an sich war ja gar nicht schlecht aber die die körperlichen verhältnisse die passen da überhaupt nicht das ist ja schon körperverletzung was da passiert wenn es nach mir ginge würde sowas überhaupt nicht stattfinden das ist man muss doch auch mal die körperlichen voraussetzungen eines gegners sollte doch mal ganz einfach passen ja ich sage ja nicht dass hier not gegen elend geboxt hat das das sage ich nicht aber da passt halt nichts da passt ganz einfach nichts weil die gegner ganz einfach nicht vorhanden sind oder sie sind vorhanden oder sie kosten mehr geld oder bei mir mehr geld ausgeben ich weiß es nicht ich bin ich kenne die hintergründe dieser veranstaltung nicht aber wenn man sieht dass es in einem hotel stattgefunden hat und dass das da ein gutes buffet gewesen ist ja ich habe ja auch immer mein mein öhrchen ja ich kriege ja auch immer viel geplaudert und das war dann gut da hat man am falschen ende gespart ja da hat man ganz einfach am feld falschen ende gespart ich weiß es nicht ich kann es ihnen nicht sagen der kampf war dann fertig ich meine in der sechsten runde durch ko ja und ich vermute auch dass der marotian da mit voll durchgezogen hat schon weil er ist ja intelligent genug das vielleicht schon ein bisschen lockerer zu schieben weil er weiß dass fühlt sich so überlegen und dass er das so ganz einfach so hingespielt hat ja das war so der kampf der mir direkt ins auge gegangen ist wo ich gesagt habe du also das ist ja schon reine körperverletzung ich weiß noch nicht mal wie viel geld man dem gegeben hat und das ist nicht zu fassen dann habe ich denn sehr gemisch gesehen der augen guter boxer ist auch schon über jahre hin beobachte hat er gegen einen georgia geboxt der total und trainiert total und trainiert da kam und die boxen ja für 4500 euro kommen die darüber und was soll das den bringen leute sagt mir mal was soll den boxer diese kämpfe bringen erzählt mir das mal gibt mir mal ein punkt sagt mir mal eindeutig was dieser kampf der michel gebracht haben soll da gibt es so viele schwergrüße gewichtler in deutschland die der boxen kann da gibt es endlich da gibt so viele mir fällt jetzt mal einfach ein er hat so viele kämpfe was weiß ich der meinten zeit könnte er boxen oder hier unser anfänger und so wie radien könnte er boxen das sind so zwei die fallen mir gerade mal ein die in seinem level sind die kann der box und warum box der so ein schrott oder wenn er jetzt hat k.o. gegangen ist in polen wie ich damit gegangen ist ja da muss man dem aber doch mal die messlatte ein bisschen höher setzen als wie irgendeinen holen der einen auf den körper kriegt und fällt um der kampf hat dem überhaupt nichts gebracht gar nichts null auch der michel kann boxen ist auch ein guter box aber wie kann man sich dann noch hinstellen und kann sich feiern lassen und kann sagen ja ja ich bin hier derjenige mit einem lächeln und dann eventuell noch ein interview führen also es ist für mich nicht zu fassen ich weiß nicht was der veranstalter sich dabei denkt den leuten so eine scheiße zu verkaufen weil das ist in der ware eine scheiße egal was sie jetzt davon alt oder sagt das ist verarschung am zuschauer ja da kam dann ich weiß nicht welcher kampf noch kam weil ich habe mich dann weil genau genau das habe ich gewusst dass das passiert dass solche kämpfe an dem tag kommen dann kam dann nina meinge von der halte ich ja ganz viel weil das team eigentlich sehr sehr gut ist mit dem hustet die machen wirklich tolle arbeit da braucht man gar nicht zu sagen dass die auch nichts können die arbeiten täglich wahrscheinlich nicht miteinander da sieht man halt auch struktur und ja die haben sich vielleicht ja die gegnerin weil ja damals über punkte gingen haben sie sich da ein bisschen aber wie ich dann gehört habe sie 46 jahre da muss ich mir auch wieder an den kopf fassen ja das ist ja gut die werden sich weiß nicht was daran passiert ist was die was die sich dabei gedacht haben aber nicht desto trotz hat man gesehen bei nina meinge sie hat sehr gezielt geschlagen der erste ich glaube das war die linke gerade auf dem körper wo dann die eine stopp italienerin war es wo dann schon mal die luft gezogen hat hat sie dann auch noch mal leberhaken gekriegt und dann war dann halt auch die war dann halt fühlt sich auch spritziger fühlt sich sehr stark und da hat man halt gesehen dass deshalb vom team her dass da halt alles gepasst hat also da muss da kann ich jetzt nicht desto trotz irgendwie den kampf in der art und weise schlecht reden der gegner war halt da war hat er war halt jetzt oder die gegnerin die war halt total überfordert ja das muss man halt ganz einfach so sehen ja wer möchte ich auch zu diesem kampf mit sagen sie hat halt sehr stilistisch sehr gut geboxt das markt möglich muss ich noch erwähnen hat auch eine weiterentwicklung das sieht man weil der huste macht ein top top training mit ihr mit rechtauslage gibt es überhaupt nichts zu so sogar welchen da ist alles da passt alles und da scheint auch drumherum das alles zu passen aber dann kann man zum typischen kampf zachenhuber gegen rohkohl ich habe ja den slats bezeichnet rotkohl das habe ich extra gemacht ja hatte auch seinen sinn was ist das für eine verarschen das ist doch verarsche pur das ist doch verarsche pur der zachenhuber glaubt irgendwann mal dass der einen guten mann geschlagen hat der glaubt der glaubt dann irgendwie wenn der in europa an an einen richtigen dran kommt der nummer 150 ist da kriegt er so den hintern versohlt da 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 weiß der überhaupt nicht wo es einschlägt da gibt soll will frankreich da gibt es so viele araber die hauen dem die hauen dem die ohren voll da weiß der gar nicht wo der herkommt und den zuschauern im kampf zu verkaufen wo man von vorne ich habe das ja schon gesagt ich habe ja gesagt der simon zachenhuber denn haben wir als boxer des jahres gekürt das ist ja ich sage ja nicht dass der nicht boxen kann das sage ich ja nicht aber leute da gibt es andere die haben sich im ausland bewährt die haben stärkere kämpfe gemacht wo von unten nach oben wollen und dann wird ein simon zachenhuber mit einem henry maske graziano roggicciani verglichen leute ich weiß nicht was der reporter oder was die bild oder was die was die sich denken was da vorsteht der hat jetzt hat was weiß ich und paar zwanzig kämpfe oder um die zwanzig kämpfe und von diesen zwanzig kämpfen hat er wirklich nur mal ein morris morio geboxt wo noch zu zeiten bei mir war wo er im training aufs ohr bekommen hat ja und da ein wechselstand findet wo jetzt auch vor gericht geht das sage ich jetzt auch mal ganz einfach weil ich meine kohle noch nicht gesehen habe von home of champion ja wo verträge gemacht wurden ja die 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 nicht bezahlt wurden ja wohl gar nicht hätte boxen dürfen da kommt auch noch mal was raus öffentlich warum man die leute boxen lässt obwohl ich sagte dürfen nicht boxen so für was gibt es diese verträge so und gegen diesen hat er mit einem geboxt auf home of champion wo die leute keine ahnung hat außer der manuel der trainer der hat ein bisschen plan ja und der darf noch nicht mal machen was er will und er hat ja noch aus den trainingszeiten von mir partizipiert ja und hat noch davon was getragen nach meiner zeit war dann aber mehr da hat er beim zweiten kampf durch ko verloren warum weil der total überfordert war seine oma gestorben und die haben den trotzdem boxen lassen ich habe gesagt lass den boxen dem junge seine karriere ist hinüber alles ist eingetroffen was ich gesagt habe wir haben den boxen lassen gegen den und da hat er schon beim ersten kampf schlecht ausgesehen und sonst hat er nur pfeifen geboxt was hat der da geboxt und der wird dann mit einem henry maske und mit einem graziano roghe chani das ist beschämend für diese zwei leute wenn der wenn der wenn wenn der kratzer das sehen würde der würde sich am graben umdrehen und ich glaube dass henry maske sich im inneren kaputt lacht dass man sowas überhaupt schön reden kann und ist einfach nicht zu fassen sowas den zuschauern zu verkaufen so eine scheiße wo 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 man sagt ja wer sieht denn das ab da muss man doch mal hingehen muss sagen hol doch mal internationalen wo dann sagt ja da ist mal richtig gut gerankt als wie ich fasse es nicht ich sage extra man muss was ändern in deutschland wenn solche kämpfe verkauft werden als gute kämpfe ich habe ja gesagt wir sind in der mittlerweile ist es klimbim da hat jeder eine andere arbeitsstelle bekommen wo sich dann so ein bisschen profiliert und habe ich auch mal und ja 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 und ich jetzt bin ich dran und jetzt habe ich auch mal mein teil dazu beitragen ja was also ich sage ja jetzt was ich gerne richtig sagen würde aber leute ihr könnt auf dauer mit solchen veranstaltungen ich glaube die sind alle geimpft ich weiß nicht ob die da irgendwie wenn die da rein gehen ob die da irgendwie ein spray abdringt dass der zuschauer dann jawohl noch klar war ja super hat alles super da war jeder kam vorzeitig jeder kampf da ist kein kampf über die runden so viel ich das noch in erinnerung habe zwar zeit gestern weil ich habe es vergessen weil so ein schrott ich habe es aber gewusst weil deswegen mache ich meinen kanal um diese sachen genau mal danach auszusprechen um zu sagen was wirklich für ein schrott war und dann kam er zu diesem typischen hauptkampf zu dem felix langberg gegen patrick korde der felix lang der kann ja boxen das sieht man ja auch das ist ja auch eine coole socke der ist ein sympathischer kerl der vielleicht kommt da auch noch was ein bisschen mehr also mir ist das sympathisch ja auch sein stil gefällt mir will denn jetzt auch nicht kaputt reden ja dann will ich überhaupt nicht kaputt reden weil der ist noch relativ jung hatten attraktiven stil knallt auch mal scheint was im kopf zu haben und machten macht ein gutes bild im ring ja und auch im anschluss ja könnte ich mir vorstellen wenn da stärkere gegner sind wenn er sich gegen die behaupten in zukunft da denke ich da hat der moralis hatten guten guten mann hat er auch gut gemacht also wie gesagt also finde ich richtig cool bin ich richtig gut also der kampf weiß nicht schlecht aber der gegner der patrick korde ist auch und absolut sympathischer kerl hat probiert mit seinen mitteln hat auch im mord ich kann mir vorstellen dass er auch einen riesen keller hat aber der war ja total überfordert man hat ja gesehen wenn der felix langberg denn mit der für hand getroffen hat dann ist er sofort hat auf den boden geguckt und einer kennt sich aus wenn einer entschlagten kriegt sofort auf den boden geht mit dem kopf nach unten der sucht sicherheit ich meine ich war kein weltmeister und kein deutscher meister aber ich habe ein paar sparrings kämpfe und ein paar amateur kämpfe da habe ich sehr sehr etliche gemacht ja und auch ein paar profikämpfe wurde nie so aber ich kann mich ein bisschen aus und diese ganze scheiße so zu verkaufen dem zuschauer das ist das ist nicht zu fassen das ist ich meine die hatten ja auch nicht so eine riesen hohe einschaltquote weil die leute sich ja mittlerweile auskennen und ja und man ihnen das ans licht bringt jetzt mittlerweile aber nicht desto trotz war der letzte kampf der war halt attraktiv für die zuschauer weil patrick korte ich glaube da war dreimal am boden der patrick ist ja auch ein sympathischer kerl es aber für mich jetzt für mich an sich da fehlt die boxerische solide grundausbildung man sieht da fehler sowas kann man nicht als wba titelkampf verkaufen der mag vielleicht trainiert haben und allen drum und dran ich möchte das jetzt auch nicht von seiner seite so schlecht reden weil manche boxer werden in das licht gerückt und die glauben dann wirklich halt dass er halt die king kong sind und der hat ja halt auch eine hohe ko quote hat auch ja recht gute leute auch geschlagen dass jetzt durchschnittsleute aber für mich war deshalb klar dass er ich habe mir ein paar sachen angeguckt dass der halt natürlich gleich wieder was das ding vorzeitig ausgeht ja es war mir klar das war für den zuschauer gut aber für mich in meinen verhältnissen so kämpfe freizugeben ist absolute körperverletzung absolute körperverletzung warum geht man nicht hin da spreche ich die hoheit an und guckt mal in den kämpfen vorher wer hat weh wo und wann gegen wen hat er nach punkten verloren wie sieht die statistik aus was kann der einstecken zu so einem kampf braucht man eigentlich mit diesen dingens paar jahren und dass man das denen frei gibt in deutschland sind ja etliche boxer die taufen kämpfe wir haben innerhalb von 12 jahren drei jahren haben die 20 30 kämpfe und rtds und aufgabe und chaos und dann guckt man sich die gegner an wo sie geboxt haben gegen wen sie geboxt haben da weiß man doch bescheid was eigentlich ist jetzt mal noch mal zur ganzen veranstaltung zu kommen die leute haben sich alles sehr wohl gefühlt das buffet war reichlich aber die box kämpfe waren nix da waren er wieder beim kasperle theater von der augsburger puppenkiste und dann haben sich die kleinen kinder gefreut wie vor der ausprobe augsburger puppenkiste gesessen haben die haben sich dann alle gefreut jawohl gehabt super super das war das war nix das war schrott das war absoluter schrott es war solch ein schrott das da geht es nur noch um verarschen den leuten geld aus der tasche zu ziehen macht doch mal eine veranstaltung ich sage euch was macht man eine veranstaltung lasst mal mittelmäßige profis gegeneinander boxen dadurch wachsen die und wenn der einer fünf niederlagen drin hat aber der noch punkte ist und nur ein ko und dann der steigert sich aber nicht so ein mist von diesen gekauften chaos oder diesen gekauften aufgabe kämpfer ja es sind viele dinge wo ich wenn ich wenn ich was zu sagen hätte da würde ich sagen kann es vergessen das kannst du absolut vergessen da will ich lieber einen boxen der 15 kämpfer hat der sieben verloren hat oder acht verloren hat um sieben durch punkte und acht durch ko gewonnen hat dann hätte ich lieber den titelkampf gegeben als wie so ein mist zu verkaufen also weil der deck wählt sich weil der gibt nicht auch aber das ist ja nicht gesehen das wollen die alle die wollen ja diese lupenreine rekord ja wo eigentlich nur gekauft ist doch das war mein resümee und der veranstaltung gestern in frank in hamburg da werde ich mal wieder ein paar guten nachrichten bekommen da werde ich mich freuen dann kam er zu dem kampf was jetzt kommt da kann man zu dem kampf keller plant david benavides da habe ich diese woche diese woche habe ich ein video gemacht und genau meine prognose ist eingetroffen aber ich habe ja keine ahnung ich habe keine ahnung genau das ist eingetroffen wie ich gesagt habe erste zwei runden plant sehr gut sich bewegt allen drum und dran genauso wie ich gesagt ihr könnt es im video davor könnt dass euch angucken er bewegt sich sehr gut er kann aus jeder position schlagen er geht vom seil weg aber wenn dann der permanente druck kommt vom benavides dann ist schluss mit lustig und ich mag eigentlich ein plant sein stil habe insgeheim gehofft wie andere andere auch weil man hat ja so im boxerischen stil was man mag und auch den typ da ist es halt genauso eingetroffen wie ich gesagt habe er wurde von runde zu runde wurde er stärker der benavides und hat denn dann natürlich dann auch richtig gut zugesetzt und das möchte ich hier nur noch mal kurz erwähnen für die leute die denken ich habe keine ahnung ich habe mehr ahnung als wie die ich bin im 36 jahr habe alles durchgemacht selbst amateur geboxt ein paar jahre trainer wieviel titel ein geheimnis wenn er wie das hat genau so geboxt wie ich gesagt und er hat auch nach punkten gewonnen wie ich gesagt habe meine prognose genauso leute macht euch mal gedanken über das deutsche boxen aber ganz groß vergessen habe ich jetzt noch weil auch ich mache fehler ich bin ja nicht hier der wo alles weiß aber da war noch ein kampf zwischen ein ecuadaner aus ecuador gegen einen franzosen dabei auch in der zweiten runde fertig aber da hat man gesehen dass das kein gekaufter kampf war und der franzosen das war schon eine starke nummer das war eigentlich für mich an dem abend der beste der beste kampf und wo man halt auch sagen könnte der sauberste kampf das wollte ich hier nur noch mal erwähnen weil den habe ich vergessen ja und schaut euch das video an tut mein kam kanal abonnieren schreibt eure kommentare drunter bitte ich gehe auch jede diskussion ein lassen like drunter leute die mich mögen und nicht mögen gibt einfach einen daumen drauf leute die glocke kanal abonnieren möchte hiermit noch mal mein pc service kleinmann in independencia in paraguay erwähnen auch mein ring elite shop ja da ich auch erzählt gekriegt habe weil man ist ja immer live dabei ach bestellt bei dem nichts mehr da redet das boxen runter da seht ihr mal wie deutschland tickt oder wie manche in deutschland ticken weil nur der bezahlt der bestimmt hier geht es nicht um qualität hier geht es um quantität leute die mich mögen und nicht mögen ganz ganz liebe grüße aus paraguay ciao